mit der winchester mann das wirst du ja immer wegen euch es stellt euch gleich mal zwei auf die treppen er geht an die mann gehen mal weg jetzt für einen rauchschott junge ich habe ein bisschen bei ernst mit dem jetzt viel spaß mit 14 gezogen er stellt sich da schon wieder hin alter wollte mich verarschen mann alter der typ hat gleich wieder zu zählen ok hat das nicht oh meine winchester fähig ich habe ich habe ich habe verloren jetzt habe ich 49 jetzt habe ich 39 jetzt hier mal was auch alle nach oben so ein mann alder jetzt bin ich wieder geflasht die werden alle gekillt was die werden alle gekillt schrackbredel ist gestorben 2 Sekunden was machst du bei Julien ich spiel auf kleine Kinder aber wie soll ich sie rumkriegen scheiße ich will jetzt schießt er mich ab hier der ey ich weiß doch ey 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 ey